Kalle Lisa schrubbt die Wände, denn der Dreck muss weg. Bald ist sie am Ende, es hat keinen Zweck. Dreizehn Eimer Wasser hat sie schon verbraucht. Sie schimpft auf ihren lieben Mann, der hat so viel geraucht. Und weil sie es nicht schaffen kann, ruft sie diese Maler an. Ling, 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 Kalle pack den Pinsel aus, zeige dein Talent. Kalle pack den Pinsel aus und ran mit Temperament. Kalle pack den Pinsel aus, das ist das für dich. Du hast nur mal, du hast nur mal den besten Pinselstrich. Lisa sitzt am Steuer, als es plötzlich kracht. Das wird ziemlich teuer, wenn es einer macht. Sie fährt in die Werkstatt, bettelt sehr und heult. Der Meister sagt im nächsten Jahr, da wird er ausgebeut. Und weil sie das nicht ändern kann, ruft sie ihre Maler an. Ling, 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 Kalle pack den Pinsel aus, zeige dein Talent. Hey! Kalle pack den Pinsel aus und ran mit Temperament. Kalle pack den Pinsel aus, das ist das für dich. Hey! Du hast nur mal, du hast nur mal den besten Pinselstrich. Lisa steht vom Spiegel und erschreckt sich sehr. Viele kleine Tiegel helfen ihr nicht mehr. Jede Art Kosmetik hat sie schon probiert und immer mit Begeisterung geglättet und geschmiert. Und weil sie's nicht mehr packen kann, ruft sie ihre Maler an. Ling, 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 Kalle pack den Pinsel aus, zeige dein Talent. Hey! Kalle pack den Pinsel aus und ran mit Temperament. Kalle pack den Pinsel aus, das ist das für dich. Hey! Du hast nur mal, du hast nur mal den besten Pinselstrich. Ja! Ja! Kalle pack den Pinsel aus, zeige dein Talent. Hey! Kalle pack den Pinsel aus und ran mit Temperament. Kalle pack den Pinsel aus, das ist das für dich. Hey! Du hast nur mal, du hast nur mal den besten Pinselstrich. Den besten Pinselstrich. Hey! haben wir jetzt mal die